Herzlich willkommen zu Monkey Lose TV. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den richtigen Jig-Kopf, die richtige Hakengröße auswählt für euren Köder. Es gibt ein paar Faustregeln, die man beachten kann, die passen aber nicht immer und deswegen möchte ich euch heute ein paar Beispiele zeigen, damit ihr sicher den richtigen Haken findet. Wir fangen jetzt an mit einem Klassiker. Es handelt sich um einen schlanken, langen Gummifisch, den man gerne zum Barsch oder Zanderangeln zum Beispiel benutzt. Bei diesen Gummifischen in so einer Form mit so einer ähnlichen Silhouette wollen wir aber nicht den Köder zu sehr versteifen, denn er soll auch verführerisch unter Wasser arbeiten. Das müssen wir dann erzielen, indem wir den Köder nicht versteifen durch einen zu langen Haken. Wir wollen aber auch gewährleisten, dass wir sicher die Fische haken. Deswegen sollte auch der Bogen vom Haken groß genug sein, dass die Hakenspitze schön absteht, damit wir auch sicher die Bisse verwerten. Jetzt haben wir hier beispielsweise den King Louie in 10 cm. Bei solchen Gummifischen rate ich immer den Kunden, dass sie den Haken vielleicht einmal dran halten, um zu gucken, dass sie perfekt passen. Denn die erste Faustregel, die ich euch heute nenne, ist, dass die Hakenspitze ungefähr nach dem ersten Drittel austreten sollte. Dadurch arbeitet der Köder genug unter Wasser. Die Räuber haben die Möglichkeit, sich auch perfekt den Köder noch einzufalten, einzusaugen. Und ihr habt die Chance, die Fische richtig zu haken. Wie das dann aussieht, sehen wir hier in diesem Beispiel. Es ist der 10 cm Gummifisch und wir haben hier eine Hakengröße von 4,0. Ihr seht, der Haken tritt ungefähr nach dem ersten Drittel aus. Und wenn ich ihn einklappe, einfalte, seht ihr, der Köder kann sich schön einfalten. Und er hat genug Spiel, dass er auch unter Wasser arbeitet. Eine Nummer kleiner, jetzt haben wir hier den King Louie in 7,5 cm, haben wir genau das gleiche gemacht. Wir haben wieder einen Haken, der ungefähr nach dem ersten Drittel austritt. Und auch hier haben wir das gleiche Spiel wie beim größeren Bruder. Der Köder hat genug Flexibilität und der Haken steht schön ab am Rücken. Und ihr könnt sicher die Fische haken. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Köder. Wir haben hier ein Curly Louie in 10 cm. In der Form gemessen ist dieser Köder 8 cm lang. Aber ihr solltet beachten, dass unter Wasser der Köder natürlich eine viel längere Silhouette hat. Und dadurch, wenn wir den Köder einmal strecken, sehen wir, dass auch hier diese Faustriegel perfekt greift. Die Hakenspitze tritt ungefähr nach dem ersten Drittel aus. Und auch hier haben wir genug Spiel unter Wasser. Der Köder kann sich genug bewegen oder der Räuber kann sich den auch perfekt einsaugen. Und wir haben genug Abstand zur Hakenspitze. Jetzt kommen wir zu einem Köder, wo diese Faustriegel leider nicht greift. Wir haben ein Krebsimitat. Das ist der Curly Louie in der Länge 10 cm. Und die Länge ist hier natürlich komplett von dem Kopf an bis zu den Antennen gemessen. Und dadurch, dass der Köder diese dünnen Extremitäten hat, ist er aber vom Volumen her ein bisschen kleiner. Und um hier den perfekten Haken zu finden, solltet ihr euch quasi die Ärmchen und die Antennen wegdenken und nur den Körper betrachten. Bei Krebsimitaten wähle ich meistens eine Hakengröße aus, die ungefähr in der Mitte vom Körper austritt. In diesem Fall wäre die richtige Hakengröße 2,0. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man perfekt den Köder auf den Jickkopf aufzieht. Dafür halten wir einmal, falls wir nicht wissen, wo der Haken ungefähr austreten sollte, den Jickkopf an den Köder. Wir merken uns die Stelle, wo die Hakenspitze austreten sollte. Wir können uns das dann entweder merken und falls wir sehr vergesslich sind, aber auch leicht markieren. Dafür stechen wir mit der Hakenspitze in den Rücken ein, machen dann einen kleinen Kratzer rein und wissen, an dieser Stelle wollen wir dann austreten. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Köder hat auch eine Offset-Tasche. Und wir sollten jetzt versuchen, natürlich mit der Hakenspitze genau in dieser Offset-Tasche auszutreten. Weiter geht's. Wir halten den Gummifisch knapp unter den Augen und stechen vorsichtig mittig in den Köder ein. Dafür sollten wir ein bisschen darauf achten, dass wir wirklich mit der Hakenspitze genau mittig und gerade durch den Köder ziehen. Ich schaue mal von oben quasi auf den Rücken, dass ich dann auch vorsichtig den Köder mittig auf die Hakenspitze aufziehe. Ich gucke auch seitlich, dass ich mich weiterhin in der Mitte bewege. Und wenn ich dann an den Punkt gekommen bin, wo ich mit der Hakenspitze austreten will, fange ich an langsam auszutreten und ziehe den Köder bis zu dem Bait-Holder. Hier ist es jetzt wichtig, damit der Gummifisch auch lange hält am Bait-Holder und der Bait-Holder seinen Zweck erfüllt, dass wir jetzt einmal den Gummifisch am Kopf packen, ihn leicht vom Bait-Holder wegziehen und quasi einmal über den Bait-Holder, über die Spitze hier stülpen, dass wir quasi jetzt nicht nur den Gummifisch über den Bait-Holder mit Gewalt ziehen, weil dann werden wir den Gummifisch aufreißen, sondern dass wir die Flexibilität vom Gummi benutzen, ihn quasi einmal darüber stülpen und dann den Gummifisch komplett bis zum Jick-Kopf drücken. Und jetzt greift der Bait-Holder auch perfekt und auch bei Fehlbissen wird der Gummifisch nicht so einfach runterrutschen und er hält jetzt bombenfest. Jetzt möchte ich euch das Ganze nochmal zeigen mit einer Nummer kleiner. Wir haben einen 7,5, wir haben einen 2,0 Haken. Natürlich weiß ich, dass der Haken perfekt passt, aber trotzdem kann man natürlich, um sicher zu gehen, den nochmal dran erhalten, sich einmal merken, wo die Hakenspitze austreten sollte, sich das entweder merken oder wieder markieren. Was auch wichtig ist, wenn ihr den Köder auffädelt, dass ihr den Jick-Kopf starr hält und quasi nur mit dem Gummifisch arbeitet und den vorsichtig anfängt aufzufädeln. Es ist wichtig, dass ihr nicht zu viel Bewegung in diesem Prozess einbringt, damit ihr auch wirklich schön gerade den Köder aufzieht. Auch hier gucke ich zwischendurch mal auf den Rücken, dass ich kontrolliere, dass die Hakenspitze schön gerade aufgezogen wird und zwischendurch gucke ich auch einmal von der Seite, ob das alles perfekt passt. Auch hier ziehe ich den Gummifisch bis zum Bait-Holder, greife dann vorsichtig am Kopf. Ihr solltet nicht zu viel Druck ausüben an den Augen, weil sonst könnte es sein, dass ihr durch zu viel Druck vielleicht die Augen abreißt. Stülp einmal die Öffnung vom Gummifisch über den Bait-Holder und drücke ihn dann komplett dran. Und auch hier haben wir ein schönes Ergebnis. Der Gummifisch ist schön gerade drauf und die Hakenspitze steht schön frei ab. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. An 10 cm Köder passen perfekt 4-0-Haken. An 7,5 cm Köder passen perfekt die 2-0-Haken. Habt ihr etwas außergewöhnliche Köder, wie zum Beispiel ein Krebsimitat oder andere Finesse-Köder, müsst ihr am besten die Haken einmal dran halten, um für euch zu entscheiden, ob der Haken perfekt passt. Ganz wichtig, jeder Hakenhersteller hat seine eigenen Hakengrößen und die fallen immer ein bisschen und immer ein bisschen unterschiedlich aus. Ihr kennt es vielleicht von T-Shirts, die amerikanischen T-Shirtgrößen sind ein bisschen anders als die europäischen. Deswegen achtet ein bisschen darauf, aber wenn ihr ein paar Regeln befolgt, findet ihr sicherlich den richtigen Haken. Wie ihr gesehen habt, ist es nicht so schwierig, einen Köder vernünftig aufzuziehen. Auch den passenden Haken zu finden, ist eigentlich nicht schwer. Steht man aber erst im Angeladen, sieht man eine riesige Auswahl an Ködern und Haken. Es gibt mit Sicherheit immer den perfekten Haken für jeden Köder, aber es geht natürlich darum, ihn einfach zu finden. Manche Produkte haben auch die Information, die ihr benötigt, um die richtige Hakengröße zu finden. In diesem Beispiel steht auf der Rückseite ein kleiner Serviervorschlag, denn diese Haken in der Größe 2.0 passen perfekt an die meisten Köder zwischen 6 und 8 cm Größe. Bei den 4.0 steht auf der Rückseite, dass sie sich perfekt eignen für Köder zwischen 10 und 12 cm. Also es gibt ein paar kleine stützende Details bei unseren Produkten. Falls ihr noch Fragen habt, irgendwas offen ist, ihr Tipps oder Tricks zu irgendeinem Thema benötigt, auch wenn es sich nicht um Jigköpfe oder Gummifische handelt, schreibt es in die Kommentare. Wir werden versuchen, dazu das passende Video zu machen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, abonnieren, kommentieren, like natürlich. Bis bald. Peace. Peace. Peace.